Hallo, ich bin der Donnerstag. Mein Name ist Amy. Manch einer kennt mich vielleicht schon aus einem anderen Video von YouTube. Ich bin hier so etwas rum. Ja, ich bin 21, komme aus Berlin. Meine Weisheitszähne wurden gestern gezogen und sprechen tut weh. Deswegen fasse ich mich diese Woche kurz. Ich wollte mich nur kurz vorstellen und sagen, dass ich an Bord und dabei bin. Meine Hobbys sind Piercings und Musik und Reisen und Theater und Oper und Bücher und Basteln und Körperpflege. Nein, wirklich. Ich stehe drauf, lange zu duschen, mich einzucremen und allmögliche Fingernagelzeugs-Sachen zu machen. Also ein bisschen Wellness. Eigentlich eher Wellness anstatt Körperpflege. Nein, das ist Wellness. Obwohl ich Hygiene trotzdem top finde. Ja, meine Schwächen, damit ich sie mit meinen Stärken übertünchen kann. Zuerst die Schwächen. Äh, ich hab gar keine. Okay, na gut. Zugegeben, ich heule sehr schnell und bin doch recht sensibel. Ich komme gerne zu spät. Also wenn man mich um drei irgendwo haben sollte, sollte man mir sagen, ich sollte um zwei da sein, ja. Wenn man irgendwas am Donnerstag braucht, sollte man mir am Mittwoch oder am Dienstag Bescheid geben. Ähm, ansonsten. Meine Stärken sind's. Ich bin, ähm, sehr lieb und tolerant und eigentlich recht einfach. So gestrickt, glaube ich, ähm, manche Leute sagen, ich sei interessant. Hm, ich höre gerne zu. Ich gehe gerne spazieren. Das mischt sich jetzt so mit Hobbys, aber... Äh, ja, äh, ich gucke hier die ganze Zeit ein Pinguin an. Nicht wundern. Wenn ich jemals auf diese Stelle gucke, dort ist ein Pinguin. Ja, warte. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut auch sehr weh. Ich bin hoffentlich nicht angeschwollen. Nun ja, ähm, 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 ich wollte mich auch eigentlich nur kurz vorstellen und sagen, dass ich an Bord bin und dabei bin und dieses Projekt unterstütze und Deutsche Weblogs ganz toll finde. Und ihr solltet einschalten und abonnieren und kommentieren und sagen, ich mag's und in die Favoriten packen. Und alles, alles Mögliche. Auf jeden Fall ist, ähm, hier ungefähr ein Abonnier-Button. Wenn ihr Montags, Dienstag, Mittwochs, Donnerstags einfach mal zu gewissen Themen etwas hören wollt, ihr könnt auch gerne schreiben, ähm, dann tut es. Und wenn ihr dabei sein wollt, ihr habt auch was zu sagen, postet eine Videoantwort. Wir werden es genehmigen. Ja, das, ähm, dazu. Bis bald!